ok ich glaube jetzt funktioniert herzlich willkommen zu unserem yogi lunch vom nath yoga council unserem gemeinnützigen verein der weltweit das nath yoga für die menschen zugänglich machen möchte und heute sind wir zwei nath yogis zusammen einmal mirangen und einmal hast ja das ist jetzt ganz wunderschön dass wir das zusammen machen können das hat sich so ziemlich spontan eigentlich ergeben und genau wir werden jetzt zusammen mit euch was essen und mit euch zusammen sprechen ihr könnt gerne in die kommentare schreiben wenn ihr fragen habt und auf jeden fall könnt ihr auch mit uns in englisch sprechen ja hast dann hat ganz wundervoll für uns gekocht hier kartoffelbrei und blumenkohl und for anyone who is joining us from any country outside of germany who is not speaking german we can also speak english so you are most invited to join us in the video or send us your comments and questions in the chat in english and we are here to to be with you and spend this time with you so please feel free to talk to us that's the whole point of the yogi lunch and we are really really happy to see you should we start trying your food yeah maybe we say some sentences before i don't know if we can talk later okay after the food was ich noch sagen möchte ist auch das ist einfach hier so eine ganz entspannte atmosphäre auch so miteinander zu sein also ihr könnt euch wirklich ganz entspannt von uns dazu schalten lassen und wirklich auch alle fragen stellen die euch so auf dem herzen liegen zum nahtyoga was nahtyoga eigentlich auch ist dass wir da so tun ist es für die meisten menschen ja auch noch ja eigentlich auch so ein unbeschriebenes glatt gell vielleicht sagen wir einfach da auch noch mal ein paar worte dazu ich fange in deutsch an und miranchen dann in englisch und wir können ja dann auch mal switchen weil ich kann es auch in englisch auf deutsch bleiben okay ich sehe jetzt eigentlich von den leuten die zu zuschauen auch nicht ob das irgendwie ein problem ist aber schreibt es einfach in den kommentaren genau nahtyoga ist das klang yoga das yoga des reinen ursprünglichen klangs und keine musik sondern wir nutzen wirklich diesen klang um uns wird wieder mit uns selber zu verbinden die verbindungen zu schaffen mit uns mit allen anteilen von uns und die kommunikation mit uns selber auch zu lernen und zu vervollkommen dann kann man sagen und wir arbeiten damit 60 verschiedenen stimmungen das lernt man alles bei uns im nahtyoga und auch mit den emotionen die emotionen zu lesen und zu verstehen und auch dann nicht nur zu reagieren sondern auch ganz bewusst zu entscheiden wie möchte ich eigentlich mich zeigen was möchte ich in bestimmten situationen tun oder auch was braucht es eigentlich jetzt ja desto ganz im groben so ein paar ideen dazu die du gerne noch ergänzen kann ja ganz genau also und wir haben ja die 60 verschiedenen stimmungen mit denen wir einfach auch arbeiten im nahtyoga und die ihr auch mit unserem sounds of life projekt gemeinsam mit uns echt erforschen könnt und diesen monat befinden wir uns in der hoffnung dass ihr mich ohne zu viele unterbrechungen versteht wir sind diesen monat in einer ganz 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 besonderen stimmung einer ganz kraftvollen transformierenden aber auch herausfordernden stimmung die heißt rak berdari und der rak da geht es ganz ganz viel um heilung und deswegen wollten wir dieses yogi lunch nutzen um wirklich mal über dieses thema heilung zu sprechen weil wir hören so viel healing sounds healing dies healing das heal your heart and your soul and your body wie funktioniert heilung was brauche ich für heilung sind so ganz interessante fragen und wir freuen uns auch einfach von euch zu hören was sind eure erfahrungen was ist euer verständnis was sind eure fragen das ist halt unser thema und jetzt probiere ich auch heute leckeres essen ja es ist auch so die frage was bedeutet denn eigentlich heilung heilung ist also dieses wort an sich ein interessantes wort und ich glaube da gibt es auch sehr viele verschiedene ansätze dazu was heilung eigentlich ist und ich sehe jetzt hier dass auch unsere nahtschwester auch mit drin ist die wir jetzt mal probieren noch mit dazu zu schalten und dann können wir auch mal darüber sprechen vielleicht auch ein bisschen kontemplieren jeder so für sich was eigentlich heilung für einen selbst bedeutet klappt das mit dem zuschalten werden wir gleich sehen das braucht manchmal auch einfach sie ist ja sie haben leider so ein stabiles internet irgendwie ich weiß nicht warum aber ist ja manchmal so kannst du uns gut hören ja also ich kann euch jetzt nur eure beiden anschnitte sehen vom kopf genau und tatsächlich er das internet bleibt immer wieder hängen aber macht nichts und kann ja immer wieder bleiben die sätze weg aber genau ja das ist schade aber nicht zu ändern das ist halt einfach so ich bin eigentlich dann gleich auf dem sprung den julian wieder aber ja war und auch im ragmaru mode eine weitere stimmung im namen yoga über die ja auch mal zusammen beim lunchen kontemplieren können genau im nächsten monat ja was bedeutet denn für dich das thema heilung pakas ich erinnere mich da an so ganz auch berührende gespräche mit dir wir haben da schon oft drüber kontempliert dass heilung nicht unbedingt immer so aussieht wie wir das erwarten also dass wir meinen dieser dieser ansatz also ich meine das auch nicht nur wir im allgemeinen sondern die ich habe das auch er erst gelernt oder bin es auch immer noch dabei zu lernen dass heilung nicht bedeutet alles ist immer gut also das sozusagen alles ist immer ganz also ganz im sinne von ich bin glücklich und ich muss lachen und und ich liebe alle menschen alle lieben mich und ich verstehe mich und darum geht es irgendwie scheinbar doch gar nicht irgendwie begreifte mal sieht nicht gar nicht so jetzt hätte ich besser ja das ist viel besser so genau das heißt diese dieses tiefe erkennen dass zum licht auch der schatten gehört also dass zum gesund sein auch das krank sein gehört und ich kann das immer wieder gar nicht akzeptieren also da ich habe da immer wieder echt brauche ich phasen von annehmen so okay jetzt bin ich mal wieder krank oder jetzt klappt es wieder dies nicht oder da oder dort das heißt für mich ist heilung zu dieses totale akzeptieren von dem was ist egal was also ob sie das größte desaster ist oder das größte glück das empfinde ich als als heilung von meinem sein alles darf sein so so platt wie das immer klingt aber so in der realität ist es ganz schön herausfordernd ja auf jeden fall das ist ja auch ein ganz großer teil von diesem rag berari ist ja dieses akzeptieren also dann in dem moment wo wir uns erlauben eben diesen den schmerz oder die traurigkeit oder eben einfach dieses zerbrochen sein dieses nicht heil sein zu spüren das ist ja wie wie diese initial zündung dass die heilung dann auch wirklich passiert aber eben also man kann diesen schritt nicht überspringen du kannst nicht sagen ich will gleich heil sein sondern muss dir echt erlauben erst mal nicht heil zu sein und das finde ich in diesem rag berari so besonders diesen prozess weil weil man da so durchgetragen wird irgendwie auch also das hört sich so so schwer an und aber diese melodie dieser klang der macht irgendwie auf eine art auch schön so schwer es trotzdem ist ich würde sogar noch einen schritt weiter gehen dass ich im schmerz schon heil bin also in bist du was im schmerz bin ich schon heil also ich würde das soweit soweit sogar aus denen das im zerbrochenen herz ist auch schon dass es schon da ist also das ist nicht nichts also als könnten wir gar nicht nicht heil sein oder so natürlich ist echt voll philosophisch aber irgendwie finde ich es auch gar nicht so philosophisch weil wenn ich meinen schmerz der letzten wochen anguck oder oder wie wir auch gestern so im rag sharing gesprochen haben ich finde es ist tiefe das ist tiefes heil sein wenn ich wenn ich mir einfach erlaube zu fühlen das was ist finde ich irgendwie dann dann tut es immer noch total weh aber es kreiert kein krank sein also so in dem sinn wenn ich spüre den schmerz das krank sein entsteht ja oft auch wenn wir gar nicht hingucken eigentlich genau guten appetit das ist ein total schöner schöner ansatz und wenn ich dann noch auch so an meine kindheit und jugend mich erinner da habe ich auch eine ganz andere vorstellung von heilung gehabt die einfach auch unglaublich von der schulmedizin geprägt war und auch im außen sehr fokussiert war also so sieht es aus gesunder körper alles dran alle extremitäten dran alle finger dran alles im funktionsmodus und alles funktioniert die ganzen parameter wie man so misst so blutdruck puls temperatur all diese dinge sind alle im normalbereich der einfach auch klar festgelegt ist und heute schließe ich mich echt sehr auch deinen gedanken an also deinen ideen dazu und ganz stark auch diese akzeptanz weil ich einfach auch so merke so für mich selbst dass es ganz viel auch davon abhängt was meine einstellung ist dazu was mache ich mit dem ich habe eine aufgabe ich habe jetzt vielleicht einen unfall gehabt vielleicht habe ich auch eine krankheit aber das ist ein teil von mir das ist mein körper der muss nicht alle anderen teile auch betreffen das ist das eine und das zweite ist was mache ich mit den dingen die mir da begegnen also gehe ich da in das leiden rein oder schaue ich einfach auch was habe ich für hilfsmöglichkeiten was kann ich tun für euch auch die sprache auch von meinem körper was sagt er mir was braucht er und das muss nicht immer mit den normalen normalen parametern in anführungszeichen übereinstimmen absolut ich finde ich ganz ganz tricky auch dass wir immer so in diesen also es ist super dass es das gibt dieses messen und alles aber es ist auch eine frage auch da wieder wie geht man damit um und wie eng steckt man diesen raum oder kann man da auch diesen raum flexibel halten ja klar das ist genau das wenn ich irgendwie nur auf der messskala gesund bin dann aber dann ist ja der mind und die seele also und das herz ist ja noch gar nicht da gemessen ja und das gleiche gilt im prinzip ja auch für die anderen ebenen ja also wir haben auch wir wachsen auf mit einem ganz festen bild zum beispiel von gesunder familie oder gesunder beziehung oder gesunder freundschaft aber wir sind letztendlich so individuelle menschen mit so individuellen eigenschaften und zielen und lebensstilen und so weiter und auch diese sachen die können einfach für jeden menschen auch ganz anders aussehen und trotzdem aber heil sein ja also ich glaube das ist echt so auch dieses sein individuelles finden und akzeptieren ist auch eine heilung also einfach dieses erkennen wer bin ich und was was ist für mich und das ist vielleicht ganz 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 anders als der standard uns irgendwie vorschreibt aber wir sind eben nun mal alle einzigartig geboren und und brauchen eigentlich auch dieses einzigartig sein und einzigartig unser leben zu gestalten ja das berührt mich total nirancen was du sagst weil es trifft letzten endes auch die art und weise wie wir bewerten und wie wir auch andere bewerten das ist mein berat einer meiner berat irgendwie wie ich bewertet werde als mutter also wie sozusagen meine besten freunde irgendwie finden wie ich das irgendwie mache und das kann man nicht so her wir haben irgendwie drei sätze verpasst kannst du noch mal starten von ab meine besten freunde genau also im prinzip berührt mich das thema insofern weil diese bewertung auch von außen wie meine individuelle haltung zu etwas ist also wie ich mache und da drin liegt auch einer meiner größten schmerz erfahrungen dass das nicht das so getroffen hat wie meine besten freunde über mich geurteilt haben wie ich was mache mit meinem kind also wie ich mit dem umgehe wie ich mit seiner wut umgehe und ja das da mag da wer also wer ist das schon perfekt sozusagen ich bin ja auch nur am üben aber so diese eigentlich ist das finde ich ein großer berat so diese für mich dieses so krass bewertet zu werden da lache ich jetzt eigentlich zum heulen aber wenn ich jetzt so drüber sprechen kann ich ganz gut zu beobachten also wie mich das getroffen hat von außen das heißt die bewertung die wir so auch gegenüber anderen machen wie sie heil sind oder wie sie irgendwie die dinge tun dass das kann auch ganz schön also das ist schon echt ganz schön übergriffig teilweise finde ich das heißt dieses auch den anderen lassen aber aber so ich meine so sind wir nun mal auch in der in der wechselwirkung auf eine art fügen wir uns ja nicht absichtlich aber unabsichtlich fügen wir uns gegenseitig schmerzen zu weil das so wie ich es mache kann ja bei dir auch schon wieder einen schmerz auslösen also das ist ja so abgefahren dass wir so miteinander in resonanz sind das ist echt so interessant da am hasaran und ich auch schon gestern drüber gesprochen und hallo an alle anderen wie sie zugeschaltet haben vielleicht noch jemanden auch dazu dass eigentlich also letztendlich wir heilen den schmerz in uns aber berari hat ganz groß auch diese dieses beziehungsthema weil wir ja all diese sachen um die wirklich zu sehen und um uns auch triggern zu lassen brauchen wir echt die anderen menschen also ich glaube wenn ich nur in meiner höhle sitz und versuche darüber zu meditieren komme ich da wahrscheinlich in 100 jahren nicht dran und das ist echt so ganz spannend wie berari dieses beziehungsthema aufgreift und das thema allein sein und das thema sich verlassen fühlen aber dann auch wieder das thema sich getragen und gehalten fühlen das ist irgendwie ganz magisch ja ja und das ist ja das finde ich so ein schlüssel also wenn dieses dieses tiefe erkennen der andere ist sozusagen wie der schlüssel zu meinem schmerz und nicht als ich beschuldige den jetzt hey du hast es jetzt aber so und so mit mir gemacht und jetzt bin ich die arme sondern dieses hey okay danke dass ich es durch dich fühlen darf eine andere perspektive also das übe ich gerade viel dieses danke dass ich durch dich fühlen darf also schon allein mein sohn der macht es ja täglich und mich zu triggern und dann in die haltung zu gehen okay danke jetzt habe ich es mal wieder gespürt jetzt kann ich noch mal gucken gehen für mich dann muss ich nicht alle wut an ihm rauslassen genau aber es ist total spannend weil was du da auch so sagst weil es geht auch wieder um akzeptanz erst mal ja erst mal diese akzeptanz und dann kannst du das einfach auch sehen und solange die akzeptanz nicht da ist funktioniert auch das sehen dann nicht und das wahrnehmen nicht schau mal mal oder ob wir ein paar ein bisschen mehr sangat hier haben können genau schmerzen spüren können schmerzen schmerzen könnt ihr mich rausschmeißen glocke ich über das lunch möchtest du gerne rausgeschmissen werden du musst deinen sohn abholen gehen ja genau und ich weiß nicht wie man wie ich mich hier wieder ausklinke würdet ihr mich rauswerfen du bist für immer für immer für immer hier jetzt live Pakasch dein ganzes Leben ich kann das gar nicht du musst selber aufs kreuzle irgendwo ah ja oh da kommen die Nimrat dazu ach das geht ja auch hallo hallo Nimrat hallo oh wir haben uns voll lang nicht gesehen tschüss 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 Pakasch liebe Grüße an deine Familie tschüss ich habe jetzt gerade festgestellt dass mein Akku sehr schwach ist ich habe nicht mal viel Akku drauf vielleicht könnt ihr zwischendurch jemand anderes nehmen bevor ich mich dann verabschiede okay okay dann kannst du dich nochmal raus warte mal und ich guck mal ob vielleicht der Tarandev Lust hat das wäre ja schön schau mal ah jetzt wurde ich gerade unable to join vielleicht ist er mit dem Computer dabei schade Tarandev wenn du Lust hast kannst du ja noch dich übers Handy einloggen dann können wir auch mit dir sprechen könnt ihr mich rausschmeißen weil es funktioniert nicht nee ich gehe einfach komplett raus ah doch okay so jetzt bist du draußen Nimrat und wenn du wieder ein bisschen Saft hast dann komme einfach nochmal dazu das wäre total schön auch mit dir über den Berari zu plaudern was ich was mir ein ganz schönes Bild das mir zum Berari auch gefällt das ist was wir dieses Jahr diesen Monat nicht dieses Jahr diesen Monat in unserem Newsletter auch hatten also wir haben ja einen monatlichen Newsletter vom NatYoga Council wo alle Veranstaltungen zum NatYoga da drin sind die wir anbieten und Raja Akademie und all den Schülern und Lehrern die dort die Ausbildung gemacht haben und machen und da haben wir als Einleitung zum Berari dieses Bild gehabt zu der japanischen Kunst Kintsugi ich weiß nicht ob ihr das vielleicht schon gesehen habt das ist wenn so ein Teller zerbricht oder eine Tasse also ein Porzellanteil dann zerbricht es ja meistens in viele Scherben und die Japaner haben da so eine Kunst entwickelt das mit einem Gold Kleber aus was immer der auch aufgebaut ist diese Scherben wieder zusammenzufügen und du hast das heißt du hast so eine Tasse die zerbrochen ist in viele viele Teile und die ist dann diese ganzen Risse die dann da drin sind diese ganzen Scherben werden nochmal unterstrichen durch einen Goldrand sozusagen und werden wieder zu einem ganzen zusammengefügt der das ist dann auch wieder eine Tasse die ursprüngliche Tasse aber sie sieht ganz anders aus und all diese diese Erfahrung die diese Tasse dann beinhaltet mit diesen vielen vielen Scherben werden nochmal werden nochmal hervorgehoben durch dieses Gold also es ist auch so eine so eine Wertschätzung dem Gegenüber und das empfinde ich im Berari auch ganz stark dass wir ermutigt werden diesen Schmerz anzusehen und ihn wirklich er ist dann ein Teil von uns aber in einer transformierten Form das ist jetzt irgendwie witzig habe ich hier zwei unterschiedliche Versionen ja Tarendet ich glaube du musst den Laptop aus das kam jetzt irgendwie im Laptop total verzögert alles das war ich irritiert warum geht das denn nicht über einen Laptop Instagram ist eine Handy-App achso wieder was gelernt das ist voll schön dich zu sehen grüßt euch rein zufällig ja hallo ich kenne dich gar nicht ich dich aber haha ach nein oh Gott ich bin in einem positiven Kontext aber aber ich kenne dich auch nur einseitig ok das heißt also nur über diese Beiträge hier ah ok ok Tarendet hat die Sound-Therapist-Ausbildung bei mir gemacht ah ok genau so wo sind jetzt die anderen alle fühlst du dich unruhig ganz alleine ne ich finde es jetzt nur eben waren wir doch also gut paar Kasch habe ich noch mitbekommen ist weg aber da waren noch andere mit dabei oder du kannst auch erstmal wenn du magst kurz sagen was kommt dir zum Thema Heilung bist du mit irgendwas in Resonanz was du gehört hast oder ich meine du hast ein Jahr lang ganz intensiv ja auch Klangtherapie erlebt und aber ja auch schon ganz viele andere Sachen gemacht und erlebt es rattert gerade ich wüsste jetzt gerade gar nicht wo ich anfangen soll ja vielleicht ist es ganz spannend einfach mal zu erfahren wenn du dir da schon mal drüber Gedanken gemacht hast was für dich eigentlich Heilung bedeutet da haben wir ganz am Anfang mal drüber kurz drüber gesprochen hier in diesem live was ist für dich Heil sein hast du da eine Idee dazu oder vielleicht auch ein Gefühl dazu oder auch ein Bild dazu nicht gerade gar nicht habe ich ja so mit dem Begriff Heil sein irgendwie so würde ich sagen ein Problem aber ich finde das ist das was ich so immer wieder erlebe in mir sind so gewisse Widerstände wenn es um dieses Thema auch geht merke ich also wenn dann kommt mit Heil sein und dann gibt es ja ganz viele also in vielen Bereichen ist das ja irgendwie sei jetzt mal Thema und Heil werden heißt das und dieses und jenes und da merke ich dass ich da mittlerweile irgendwie so einen Widerstand habe weil das irgendwie sich für mich immer sowas ich weiß nicht vielleicht ist es auch eine falsche Vorstellung oder so oder vielleicht verstehe ich das dann auch verkehrt aber dann denke ich immer Heil sein Heil sein Heil sein kommt irgendwie so so eine Zahl wie 100% oder sowas ich denke Heil sein ich glaube wir werden nie heil sein wir werden immer irgendwo Baustellen haben die uns irgendwie zeigen dass da was nicht in Anführungsstrichen nicht heil ist ja und für mich ist das eigentlich ein ewiger Prozess die eine Baustelle ist bearbeitet vermeintlich vermeintlich ja und dann kommt eine andere ja und dann ist irgendwie fünf Jahre oder zehn Jahre später ploppt dann eine alte Baustelle auf wo man gedacht hat ey wieso kommt denn die jetzt wieder deswegen deswegen tue ich mir so schwer mit dem mit diesem Begriff Heil sein genau ja das ist es also das ist eher der Weg der Weg ist es also nicht irgendwie dieser Status oder dieses 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 ich musste gerade mal was wegdrücken da kam ein Anruf rein das ist wie man es ja auch in anderen Sachen sagt in anderen Bereichen sagt der Weg ist das Ziel also ich bin ständig auf dem Weg heil zu sein und ich glaube glaube auch nicht dass ich als Mensch vielleicht ist es nur ganz wenigen Menschen vergönnt diesen Punkt diesen Punkt dann zu erreichen dass sie sagen können jetzt bin ich heil ich glaube nämlich nicht und deswegen sind wir sehr wahrscheinlich auch hier auf der auf der Erde und haben uns sag ich mal hier einen Körper ausgesucht oder bekommen um da dran zu arbeiten aber nicht um letztendlich alles auflösen zu können ich glaube das ist ein also das ist glaube ich ein Gedanke der eher dazu führt dass man immer wieder stolpert und dann vielleicht auch wieder an sich zweifelt oder 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 wie auch immer ähm und ich bin mir jetzt gerade nicht sicher ich habe eben noch so ein bisschen was von Prakash mitbekommen und ich glaube es geht eher darum ja sein seine sein nicht heil sein anzunehmen und sagen oh ja da habe ich Baustellen da ist was und an dem muss ich arbeiten oder vielleicht auch nicht also ich meine da wir sind letztendlich Menschen und wir haben in Anführungsstrichen da unseren freien Willen und ich kann dann da auch wieder sagen okay ich ich arbeite da dran oder ich arbeite nicht da dran und und gehe vielleicht einen ganz anderen Weg den andere nicht verstehen und et cetera et cetera also das sind so Gedanken die mir jetzt gerade alle so in den in den Sinn kommen und ich glaube wenn ich da noch weiter rede dann kommt vielleicht noch viel mehr und zum Schluss habe ich vielleicht dann auch noch mal so ein Aha erlebt keine Ahnung aber das ist das sind vielleicht auch also die Dinge die ich erfahren habe in meinen 20 Jahren sage ich mal also in denen ich ja an an heil sein oder vielleicht ist es sogar noch noch viel länger die Zeit also ich könnte ja vielleicht sogar in die Kindheit zurückgehen als ich mit meiner Oma schon im Grunde genommen also mit meiner Oma schon darüber gesprochen habe und da ging es auch sehr häufig um um heil sein um gesund sein also ging es auch um die Gesundheit und letztendlich auch die Verbundenheit mit dem Göttlichen also ihrem Glauben natürlich mit Gott also mit dem ganz traditionellen christlichen Glauben aber da ging es letztendlich schon auch darum um das Thema Gesundheit und heil sein also so kann man es ja auch sagen heil sein und ja wo wollte ich jetzt eigentlich hin dass ich im Grunde genommen dass ich im Grunde genommen mit 53 Jahren festgestellt habe der Weg ist nicht zu Ende und es geht immer wieder weiter und es kommen halt immer wieder alte Punkte auf wo ich denke ah ok oder mir begegnen Menschen die eventuell ein Spiegel für mich sind und die nochmal zeigen ey guck da nochmal hin ähm ja genau also das ist auf jeden Fall Tarandiv heißt du Tarandiv ja ich finde es total total spannend was du sagst vor allen Dingen auch jetzt du gehst jetzt ja auch echt in so deinen eigenen Prozess schon fast rein gerade aber was ich so spannend finde ist dass wir so viele Dinge hören und im Außen irgendwie so ein Bild bekommen von etwas und uns selbst eigentlich auch noch gar keine wirklichen Gedanken drüber gemacht haben was es eigentlich für mich bedeutet weißt du wie du jetzt am Anfang auch gesagt hast heil sein heil sein man hört es überall heile dich heile dich werd gesund geh den Weg das mach das aber wer macht sich Gedanken über was bedeutet heil sein für mich selbst wie möchte ich heil sein was ist heil sein für mich finde ich total spannend und auf jeden Fall merke ich auch immer mehr dass es sich lohnt darüber nachzudenken also auch wenn man diesen Rack diese Stimmung den wir ja jetzt gerade für diesen Monat vom Nath Yoga Council auch gewählt haben was möchte ich denn eigentlich heilen ist so etwas was ich heilen möchte möchte ich mich heilen und was möchte ich heilen es ist auch total wichtig was du sagst wahrscheinlich wird es nie einen Menschen geben der an irgendeinem Zustand Heil ankommt und dafür immer bleibt also einfach auch dieses Erkennen von Heilung als ein Prozess der einfach immer und immer weiter läuft und das ist so ein ganz anderes ganz andere Herangehensweise auch nochmal das fand ich jetzt auch total schön ja ganz genau also auch diese dieses Bild was du so gewählt hast heil sein ist für mich ein Weg fand ich ganz schön das kann ich richtig spüren auch so für mich für mich selbst also da kann ich ganz viel anfangen damit nochmal Nimret hallo hallo Nimret, schön dich zu sehen schön euch zu sehen hast du jetzt Saft auf deinem Handy, ja? ja Nimret ist auch eine Soundtherapistin jetzt im ersten Jahr ja aber ihr habt euch noch gar nicht kennengelernt doch im Unterricht ach so ja also wir haben schon miteinander Unterricht gehabt genau ok ok ja und Nimret ist aber auch eine ganz alteingesessene Nath-Yoga-Schwester wir haben zusammen die Ausbildung gemacht ja ja nimm das möchtest du was teilen ja also ich finde das ich kann das nur bestätigen und mitgehe was gesprochen wurde ist also ich habe ja die Aufgabe die Raks zu hören und ich habe mir den Beraria als Listening genommen weil ich eine neue Raks machen also eine neue Raks Listening machen sollte und dann habe ich die Erfahrung gemacht und das hat mich total geflasht weil ich so das Gefühl gehabt habe ich sitze ganz weit unter ich habe die Stötzel in der Ohre gehabt und ich habe so das Gefühl ich sitze ganz weit unten und die Musik kommt von oben und irgendwann hat es sich so angefühlt wie wenn der mich rauszieht aus dem ganzen Sumpf wo ich jetzt drin bin und ich wollte gar nicht dass es aufhört sondern dass ich da in dem Raks bleibe und es war so toll und ich habe die total wahrnehmen können was der mit mir macht dann der Raks das Berarät also es war echt wunderschön und das fand ich total beeindruckend wie ich das wahrnehmen konnte und auch die verschiedenen wie die Räume also die Räume größer werden und weiter so habe ich das Gefühl da macht die Räume weiter und du kannst dich mehr entfalten so habe ich das Gefühl gehabt ja und es ist auch wichtig auch dorthin zu schauen auch wenn es dann manchmal unangenehm ist also ich kenne das von mir auch also wenn dann Themen kommen wo bearbeitet werden soll oder nach hingeschaut werden soll im ersten Moment will ich dann gar nicht aber du magst trotzdem weil du willst ja weitergehen also ich möchte weitergehen ich möchte wachsen und ich möchte lernen damit umzugehen mit weiteren Themen und ich habe auch die Erfahrung gemacht wenn ich das dann annehme so wie es ist dann ist oft also dann habe ich auch so das Gefühl dann kannst du es auflösen das ist auch finde ich ein ganz großes Thema den sich auf Ferrari und auf diese Heilung einzulassen und Ferrari ist ja auch echt der Rack der all diese Dinge Depressionen Ängste wirklich 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 so Notzustände die wir auch psychisch erleben können der die heilt aber wie du sagst es ist eben am Anfang nicht leicht diesen Schmerz zuzulassen wenn man es sich erlaubt dann wird man getragen und aufgefangen aber dieser Widerstand da wirklich die Tür aufzumachen der ist einfach echt groß das da ist Ferrari auch echt so ein ganz großes Geschenk im Nath Yoga der uns einfach da drin so 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 unterstützt ja und ganz also wenn wenn wir einfach diesen Schritt der Heilung nicht machen passiert letztendlich das dass wir unsere unsere Muster unsere Traumata unsere Blockaden einfach immer weiter leben also wenn ich es mir nicht anschaue wenn ich dem nicht die Möglichkeit gebe sich zu transformieren bleibt es halt einfach da genau also für mich kommt jetzt noch so in den Sinn dass man dann halt die Muster abspielt sondern nicht zwar eigenes Leben lebt sondern die Muster bedient dann und ist eigentlich unfair gegen sich selbst also seine Seele auch man beraubt sich sein eigenes Leben dadurch wenn man das dann die Muster bedient und nicht sich das anschaut aber ich glaube ich kann mir das auch gut vorstellen dass das viel Mut mit einbringen muss damit man das auch anschaut also wenn ich so an die Anfänger denke wo ich in die wo ich da eingestiegen bin ist es halt sehr beängstigend und man hat Angst davor dass man nicht geliebt wird mehr wenn man sich dem stellt was man da gemacht hat also das ist oft so die Angst nicht geliebt zu werden von seiner Mitmenschen Familie oder was auch immer noch da ist genau und ich glaube das ist auch viel Mut zu haben auch Fehler zu machen also das hat auch mit ein also wenn ich an früher denke da habe ich auch mal Angst gehabt Fehler zu machen weil ich dann gedacht habe oh Gott da bin ich falsch ich bin nicht richtig und ich habe aber gemerkt hatte desto mehr ich Fehler mache desto mehr wachse ich eigentlich weil ich daraus lernen kann aus den Fehlern ja und Ferrari hat echt so also ich finde auch einfach das so schön weil also für mich hat dieser Rack sowas ganz mystisches also er hat ganz viel Dunkelheit und er hat aber auch ganz viel Licht das ist echt so dieser ja wie so diese zwei Pole und ja man sitzt auf seinem Boot und gudert irgendwie von dieser Dunkelheit und diesem Schmerz in so ein Licht also das ist halt was ganz Besonderes also einfach auch nochmal als ein Bild wir hatten dieses schöne Bild mit der mit der Tasse wo die Brüche vergoldet werden also das ist einfach ja das hat sowas ganz Grandioses dann letztendlich auch wenn man diesen Schritt wagt und sich in den Ferrari Prozess begibt ja also mir kommt jetzt auch in den Sinn dass es auch wichtig ist beide Seiten anzunehmen die dunkle und die helle Seite weil das ist uns das gehört uns beide ich glaube ohne die andere eins ohne die andere kann man nicht existieren ja das gehört auch zu uns die dunkle Seite oder das ist wichtig das anzunehmen und zu sagen hey das gehört auch zu mir genau ja ja da komme ich gerade wieder zu dem zu meinem Bild mit dem Weg auch und habe ja auch schon so einiges erlebt oder auch miterlebt und mit den mit den beiden Seiten annehmen das ist auch das was ich genau das sind so die Erfahrungen die ich gemacht habe jetzt in den anderen Gruppen und das ist das was was mich dann irgendwann auch wie soll ich sagen irgendwann ab einem bestimmten Punkt dann auch genervt hat wirklich also das kann in der während der Yoga Lehrerausbildung gewesen sein oder in anderen in anderen Workshops sage ich jetzt mal wo es dann auch darum ging heil zu werden ja und deswegen reagiere ich vielleicht auch immer so ein bisschen knirchig sage ich jetzt mal wenn es um das Thema heil werden geht weil ich halt viele Menschen erlebt habe ja und mir ging es sehr wahrscheinlich am Anfang genauso die sage ich jetzt mal sich in Anführungsstrichen geschwalten haben die wollten dann nur ins Licht haben sich aber nicht ihren Keller angeschaut die sind nicht in die gehen nicht in den Keller die die weil sie Angst haben ja weil sie da das Licht noch nicht eingeschaltet haben oder einfach da nicht hingucken wollen und das ist das was für mich dann oft so eine Schieflage ist und da werde ich dann schnell auch wie soll ich wie soll ich sagen also es ist unruhig und ich bin schnell genervt wenn ich erlebe in Gruppen wo das so ist und wo vielleicht sogar auch der oder der oder diejenige die das anleitet wenn ich da spüre die war selbst oder er war selbst noch nicht in dem Keller wird immer nur von dem Licht gesprochen und alles so schön verpackt ja und sie schweben also im wahrsten Sinne des Wortes dann irgendwie so einen halben Meter über dem Boden ne das ist es nicht das ist dann nur die halbe Wahrheit also man muss wirklich was heißt man ich kann ja auch nur von ihr sprechen also ich bin da zum größten Teil also mit der ein oder anderen Geschichte und das war dann schon sehr dunkel also ich bin da reingegangen also immer wieder und das waren einmal die Geschichten und dann der andere Punkt mit dem Heil werden das ist mir gerade auch noch so in den Kopf gekommen mit dem was ist eigentlich Heil sein oder was ist denn der Weg und das sind dann andere Aspekte andere Punkte ja wie gehe ich denn mit wie gehe ich denn mit den Ängsten um also die sind ja eben auch schon angesprochen worden was ist mit den Ängsten und Angst nicht geliebt zu werden zum Beispiel und das kann dann im Privaten sein wie auch auf der Arbeit und dann einfach mal auf der Arbeit zu sagen okay ich gehe jetzt hier voll in die Angst und ich mache jetzt was was meine Kollegen von mir noch nie erlebt haben ich gebe zum Beispiel Widerworte ich sage einfach mal nein zum Beispiel ganz banales Ding aber ich glaube da haben so viele mit zu arbeiten und trauen sich nicht und machen alles Mögliche um irgendwie in Anführungsstrichen auch von den Kollegen geliebt zu werden und da muss ich sagen da habe ich auch die Erfahrung gemacht als ich anfing sag ich jetzt mal da Grenzen zu setzen und nein zu nein zu sagen und auch vielleicht auch mal übers Ziel hinaus geschossen bin weil ich dann auch laut wurde aber die Erfahrung war ey die lieben mich ja noch mehr als vorher ja total interessant da ist ja ja das ist das war natürlich ein schwerer Schritt aber im Nachgang muss ich sagen war das ein sehr guter Schritt weil ich da erlebe dass ich ganz anders auch gesehen werde oder ich auch ganz anders gucken kann auf einmal nicht mehr aus so einer wie soll ich es sagen aus so einer verschreckten Mausperspektive die da aus ihrem Loch guckt und schaut wo ist die Katze wo ist die Katze also die Katze hat sich dann aufgelöst oder beziehungsweise die Maus ist auf einmal genauso groß wie die Katze also da gibt es gar keine Gefahr also die Ängste und die Gefahren die man ja dann auch hat vermeintlich die sind ja eigentlich alles das ist ja alles eigentlich nur im Kopf und das ist alles das ist so mein Weg der Heilung also weil wir ja eben auch schon mal gesprochen haben was ist eigentlich Heilung für dich also das ist ein Aspekt davon oder ein Bereich und der nächste Bereich ich glaube das hatte die Prakash ja eben auch schon angesprochen das war dann so der Punkt mit der Beziehung also da geht es ja noch da geht es ja erst richtig ins Eingemachte weil mit den Kollegen habe ich vielleicht eine Beziehung aber mit einem Partner mit dem ich zusammen lebe ist das ja dann nochmal eine ganz andere Geschichte und da habe ich ja auch was habe ich gemacht da bin ich ja auch in die Angst gesprungen also ich stand dann auch vor der Entscheidung was mache ich jetzt mache ich so weiter oder sei ich Mut zur Lücke oder so ähnlich oder lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende ich meine wir kennen ja alle diese Sprüche und die haben ja alle irgendwie was Wahres ja und mein Schritt war dann ich gehe in die Angst ich gehe in das Dunkle in das Unbekannte weil ich ja nicht weiß was kommt denn danach und jetzt so nach wie viele Monate sind es jetzt 20 Monaten Trennung muss ich sagen es war eine sehr gute Entscheidung das war wirklich das war wirklich gut auch wenn sich am Anfang erstmal gar nicht viel getan hat und erstmal so eine Leere da war und eine große Müdigkeit etc. etc. aber jetzt muss ich sagen rückblickend betrachtet war das eine der besten Entscheidungen in meinem Leben ja einen Menschen loszulassen den ich ich sage jetzt mal vergöttert habe geliebt habe vielleicht war das auch noch ein bisschen verstellt vielleicht war das auch noch nicht aus anderen Gründen verstellt sage ich jetzt mal oder vielleicht habe ich da auch nicht richtig geguckt aber es ja das war die 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 größte also wie schon gesagt die beste Entscheidung und die größte Angst die allergrößte Angst ich lasse da jemanden los ich lasse da jemanden los der eigentlich aus meiner Sicht perfekt zu mir passt oder wie auch immer oder andere Dinge ja passen auch von der Gegenseite so war es ja nicht aber ich lasse diesen Mensch los und gehe da ins Ungewisse also das war das war der Weg oder wenn ich jetzt wieder zu dem Weg zurückkomme den Heilsweg dann war das der Weg wo ich über die die Hängebrücke gehe mit 500 Meter oder 1000 Meter oder wie viel Meter auch Tiefe unter mir und diese Brücke ist total wackelig und da brechen schon die einzelnen Holzbretter weg beim drüber gehen und an einem anderen Ende bröselt sich schon das bröselt sich schon das Seil auf ja aber ich gehe drüber ich gehe drüber und ich habe es geschafft ich bin drüber gekommen nach mir ist vielleicht die Brücke zusammengestürzt weiß ich nicht habe da nicht hingeguckt aber ich bin drüber gekommen ja das ist total spannend weil du diese Schritte ja aus dem Erkennen auch von deinem eigenen Schmerz oder deinen eigenen Ängsten machen konntest also hast du am Anfang auch gesagt erstmal zu erkennen vielleicht habe ich Angst nicht geliebt zu werden und wenn also das ist auch echt meine Erfahrung wenn wir diese Klarheit haben was passiert eigentlich in mir dann können wir diese Situation auch auf diese Art lösen und du hast jetzt echt von zwei ganz unterschiedlichen Kontexten gesprochen in denen du echt so einen großen Schritt gemacht hast aber eben letztendlich war in dir schon klar was und warum also du hast es nicht mehr auf die Gegenseite projiziert sondern es kam schon also aus dieser inneren aus diesem inneren Prozess raus und ich finde das macht so diesen Unterschied von wann ist es Heilung und wann ist es einfach nur ja eine Reaktion aus einem Muster raus so echt vielen Dank für deinen Teilen auch das ist echt ganz besonders ich kann da immer auch so viel lernen indem man einfach nochmal so zuhört und mitschwingt und mit kontempliert was da so passiert ich finde das super tolles Bild mit der Brücke wo zusammen zusammenbricht und trotzdem traut man sich dann drüber zu gehen und so ist das ja auch wenn man dann wenn ein Thema vor einem steht und so fühlt sich das ja auch an also das drückt das ja auch schon aus das Bild ich finde das eine tolle Darstellung und das ist echt also es ist so besonders dieses Zusammenspiel von die anderen Menschen die zeigen und spiegeln uns das ist aber wenn wir diesen Schritt schaffen wirklich nur den Spiegel zu nehmen und dann in uns diesen diesen gebrochenen Punkt oder diese Wunde oder wie auch immer wir es nennen wollen zu finden das hat so eine Kraft und das macht uns letztendlich auch total frei weil wir weil wir uns dann selber drum kümmern können weil wir uns dann selber auch geben können was da fehlt weil das wird uns ein anderer Mensch nie vollständig geben können der einzige Mensch der wirklich diesen Schmerz das spüren kann sind wir selber und das ist auch echt so unsere Aufgabe letztendlich uns das zu schenken und das macht uns so frei in unseren Beziehungen weil wir eben nicht mehr immer in der Erwartung sind und und unsere Beziehungen darauf ausgerichtet sind irgendwie diese Bedürfnisse zu befriedigen was sowieso in dieser Form nicht passieren kann solange wir nicht klar sind und das nicht angeschaut haben ich beeindruck das auch immer nochmal auch zu sehen dass es wirklich auch Mut erfordert es erfordert echt Mut und auch was Neues zu machen erfordert auch ganz viel loslassen beides Mut und loslassen weil wie du eben einfach beschrieben hast du weißt nicht was kommt aber du gehst da einfach hin du willst da hingehen und du weißt aber nicht wie das aussieht was dann kommt und das ist sehr sehr berührend weil so ist einfach auch das Leben gestaltet es geht einfach immer weiter wir müssen einfach immer wieder loslassen und wir brauchen immer wieder diesen Mut auf diesen Sprung einfach zu machen und da ist es einfach so grandios weil das Nath Yoga uns wirklich auch tragen kann mit diesen Stimmungen uns wirklich wie so ein Navigator einfach auch führt es sagt uns nicht das ist das Ziel das müssen wir selber für uns finden aber es gibt uns einfach Richtungen vor geh da lang geh so mach das so und dann bist du auch wirklich geführt und auch beschützt in so einem behüteten beschützten Rahmen und das ist gerade auch wenn man sich mit dem Thema Heilung beschäftigt mit Schmerz auseinandersetzen will und auch vielleicht muss sogar dann ist es so wichtig dass man einfach behütet und beschützt ist und auch wirklich in einer liebevollen aber auch klaren Form geführt wird ja ja und ein Teil davon versuchen wir auch echt mit dem Nath Yoga Council gemeinsam zu kreieren ja also der Council ist keine Service Plattform sondern der Council ist das was wir zusammen gestalten mit allen Menschen die dabei sein wollen es müssen keine ausgebildeten Nath Yogis sein jeder der möchte kann ein Teil davon sein und wir haben jetzt so viel auch gesehen in unseren Gesprächen wie wichtig einfach die Beziehungen sind die Sangats sagen wir im Yoga ja also dieses Zusammensein und sich gegenseitig auch Räume schenken Dinge auszuprobieren neue Arten auszuprobieren wie man kommuniziert wie man vielleicht mit Konflikten umgeht wie man achtsam und behutsam sich gegenseitig auch unterstützen kann in diesen Dingen ist einfach so wertvoll und ja da möchten wir alle die sich dieses Video anschauen oder auch im Nachhinein noch im Replay anschauen echt nochmal von Herzen einladen unsere Türen sind offen der Nath Yoga Council ist da wir haben ganz ganz viele Projekte Workshops geschlossene Räume offene Räume mit ganz vielen wunderbaren Nath Yogis und Menschen die einfach auch die Räume halten und kreieren und auch dieses Wissen mit einbringen von dem wir jetzt gesprochen haben diese Raks und diese Dinge die uns einfach unterstützen können in dieser Art des Zusammenseins die wir uns wünschen ja und wir beide Hasaran und ich sind auch so zu mir und so und wir machen am Bodensee in Überlingen ganz verschiedene Veranstaltungen auch mit Nath Yoga wir haben einmal im Monat die Klangumarmung es wird auch ein Wochenende geben über dein Leben mit uns beiden am am 13. und 14. November genau und die nächste Klangumarmung ist am 10. Oktober so wird es sein wenn sie das sagt auch da wer aus dem aus der Region kommt Österreich, Schweiz, Süddeutschland wir laden euch ganz herzlich ein einfach mal vorbeizukommen und das auch live und in Farbe zu erleben da kann man mit dem Klang einfach nochmal ganz anders auch arbeiten ja genau und das ist einfach auch so schön weil es uns auch wirklich auch darum geht einfach auch Gemeinschaft aufzubauen wirklich auch zu zeigen wir können füreinander da sein das ist total wichtig dass wir uns als Menschen sehen als Menschen und nicht irgendwelche Boxen die da vor uns sitzen sondern wirklich einfach Menschen und wir begegnen uns und wir stärken uns gegenseitig und helfen uns und sind füreinander da und da gehört auch Teilen mit dazu weil dieser Austausch unglaublich passbar ist für uns alle zu lernen ja und in diesem Sinn natürlich auch vielen Dank an euch und auch die Prakash die vorher dabei war es war ganz ganz schön mit euch zu sprechen ja vielen vielen Dank auch von meiner Seite auch für das so offene Teil auch gerade von dir ganz lieben Dank ja und wir können wirklich noch Stunden 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 sprechen über diese Themen also es hat keinen Anfang und kein Ende eigentlich also da tun sich dann von einer Frage gleich zehn weitere Fragen und Themen auf das ist unglaublich spannend ja das können wir hier nur anreißen im Jogiland wir können nur so Ideen Inspirationen geben und wie Niranjan auch schon gesagt hat der NAV Yoga Council ist offen meldet euch an bei uns wir sind da und wir freuen uns über alles was ihr an Ideen Gedanken mit uns teilen mögt und ja dann schauen wir einfach dass wir viel mehr auch diese Gemeinschaft in dieser Welt für uns alle kreieren um einfach ein schönes Leben miteinander zu haben ganz genau dann hat alle einen guten Start in die Woche vielen Dank an alle die zugeschaut haben und wir freuen uns wenn wir uns bald wiedersehen tschüss 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 habt eine gute Woche gleichfalls, danke, tschüss 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 tschüss